Folge Nummer 21 von Graveyard Keeper. Wir sind im Nebel und hatten letztens... Wieso ist da noch ein Brat angezeigt? Kann ich das noch bearbeiten? Fertigstellen? Ja, geht. Nicht genug Ressourcen. Okay, wir müssen einen Baum dafür fällen. Wir hatten eine Leiche letztes Mal bekommen, die müssen wir noch bearbeiten. Wir können allerdings auch gerade gucken, dass wir noch vielleicht einen Baum oder so... Aber diese Bäume sind, glaube ich, nicht möglich. Aber dieser hier müsste gehen, ja. Ja, dann lass uns gerade den Baum noch fällen, dann können wir das Brett da weitermachen. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht gerade... Äh, sag schon. Was wir für diese Brücke da brauchten, ne? Ach so, warte mal. Wir müssen nicht das machen, wir müssen mit F weiter arbeiten. So, jetzt haben wir sechs Stück davon gekriegt. Wir hatten ja oben das neue Lager, denn das Waldlager gefunden. Hofvergrößern, Steinvorrat, Drehscheibe, Hambach, Schneider... Steinschneider, denn... Ah, ich glaube, wir haben schon alles. Müssen wir mal gucken. Wir können mal hier... Das ist unsere Kochstelle für Pilze, ne? Ach, fünf brauchen wir. Ich habe nur drei. Okay. Ich sehe auch gerade keine um die Ecke. Doch, hier unten. Nee, dann würde ich jetzt... Ach, komm, dann fäll den Baum. Könntest du mal nehmen, ja. Dann bringen wir den mal gerade hier hin. Und dann doch mal die Pilze versuchen. Jetzt haben wir mal fünf, oder? Ja. So, das putzelt da alleine, aber es ist gut. So, wir... ...haben eine Leiche bekommen. Die jetzt da rechts liegt. Ah, hier können wir noch ganz viele Sachen aufnehmen, sehe ich gerade. Gut, dann holen wir die frische Leiche da weg. Und obsozieren die. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das richtig machen, ne? Ich verstehe das hier nicht so ganz, ne? Also, Blut entfernen, ja. Das können wir ja schon mittlerweile, oder? Das ist nur alles richtig. Wir können auch immer das Herz entfernen, glaube ich. Weil das kriegen wir auch raus. Gut. Und dann... Die Innereien machen wir nie. Das Fleisch? Ja. Das können wir auch. Aber da ist schon wieder Erzefusch dran. Okay. Das ist aber hier schon besser geworden, ne? Ich glaube, die Haut können wir auch noch machen. Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Ah, das können wir jetzt schon mal nicht mehr nehmen. Wenn wir schon wieder voll sind. Jetzt sind wir nur noch zweimal rot hier. Jetzt haben wir gleich keine Energie mehr. So, jetzt müssen wir erst essen. So, jetzt sind das Dreier geworden, ne? Komm, jetzt machen wir mal den letzten auch noch und gucken, was passiert. So, jetzt sind wir noch zwei. Gleiche nehmen. Ja, kannst du mir zum Friedhof bringen da, ne? Ein Grab haben wir aber noch nicht, oder? Was haben wir für eine Zeit? Weitgrün ist da irgendwas. Äh, Grabstätte. Okay, die Schaufel ist jetzt kaputt. Können wir natürlich nie aufnehmen, ne? Wir haben aber auch keine Energie. Das bedeutet, wir können gerade den Salat aufessen. Und, äh, ja. Jetzt haben wir die Schaufel. Schaufel ist kaputt. Die müssen wir reparieren, hat er gesagt. Der Schleifstein war in der Stadt im Prinzip. Haben wir hier die Möglichkeit. Hatten wir noch nicht, oder? Doch, hatten wir doch. So, jetzt ist die Schaufel wieder fit. Was packen wir hier raus? Stacked nicht. Tuck stacked. Haut. Geht hier nicht weg, weil schon voll. Loot stacked. Äh. Leitfaden für Geistliche. Keine Ahnung. Bretter neun. Holzpolanken drei. Okay. Hier haben wir noch den Spieß. Den nehmen wir mit. Drei gebratene Pilze. Die können wir dann mal essen. So, die Leiche liegt da noch irgendwo rum. Wollen wir noch nicht das Grab fertig haben. Das machen wir jetzt aber. Okay. Okay. Gut, das hat geklappt. Bestattet. So. Bestattungsurkunde haben wir gekriegt. Ich glaube, das war auch schon die zweite mittlerweile, ne? Können wir noch was basteln? Nein. Da auch nicht. Lass uns mal gerade die sowas hier angucken. Wie sieht denn das hier aus? Okay. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. So, wir wollten aber gucken, wer es mit der Brücke war. Die wollte ich ja reparieren. Jetzt fehlt uns ein Nagel da noch. Okay. Wer war denn hier gerade zur Zeit mit den NPCs dran und dem grünen? Ah, Schlange ist unten. Schlange ist unten. Muss das richtig, wenn wir hier runter gehen? Kommen wir dann zur Schlange? Nein, kommen wir glaube ich nicht, ne? Ne, da kommen wir ja nicht durch. Da fehlen uns... Der Holzbalken ist das Problem, ne? Den haben wir noch gar nicht. So. Lass uns mal gucken, dass wir es hinkriegen mit dem Holzbalken. Aber erstmal auch die Möhren da unten sind alle. Der wird wieder meckern, wenn da nichts ist. Jetzt ist grün und der steht da unten. Jetzt müssen wir gucken, in der Hoffnung, dass wir noch lange genug da sind, dass er uns noch was sagt. Versuch, ihn zu überzeugen. Ich kriege, weiß nicht. Ja, okay, dann haben wir das geklärt, aber ich weiß nicht, wie wir an den Schlüssel kommen. Das ist jetzt immer noch nicht geklärt. Das wissen wir, was da los ist. Also machen wir jetzt ins Städtchen gehen. Ach, er ist ja auch wieder schon... Das ist ja schon wieder falsche Zeit, ne? So ein Shit. Flugblätter und Brennholz. Brennholz wäre jetzt nicht so das Schwere. Jetzt 20. Inquisator ist das. Brennholz. Müssen wir ein paar Möhren mitnehmen. Komm, wir nehmen mal Zähne mit. Haben wir jetzt 2.13, aber es ist auch egal. Das müssen wir noch irgendwo loswerden. Da gibt es 12 Energie für. Dann nur 5. Das weg. Da kommt nochmal nur 10. Das gibt mehr Energie. Nicht beendet. Arbeitszimmer. Das Herz müssen wir mal untersuchen. Das wird es sein. So. Lass uns erst die Möhren da unten reintun, bevor wir das vergessen. Sonst meckert der nachher. Okay, der hat seine Möhren. Haben wir denn alle da reingetan jetzt? Jo. Gut. Jetzt ist die Frage. Wir müssten Brennholz machen. Haben wir da? Brennholz gibt es hier, oder? Nee. Oh, komm. Wir machen erst mal die Nägel. Keine Energie mehr. Inventar. Da. Gut. 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 So, jetzt mal erst die Brücke. Der Inquisator, der ist nämlich sowieso gleich schon weg, wahrscheinlich, oder? Obwohl, nee, wird ja erst Mittag sein, dann ist er da. Wir sind aber sofort bei der Brücke. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Jetzt haben wir nichts zu essen dabei. Glaubst du doch nicht, oder? Irgendwo im Buschgrad mit ein paar Früchten. Reicht auch nicht mehr. Super. Hat gut geklappt, ne? Hat gut geklappt. Das ist nicht gut. Können die Möhren essen, ne? Was bringt dir das meiste? Acht. Fünf. Der Rest. Pilze nehmen wir mal gerade mit. Brennholz, aber wir haben nur neun Brennholz, wir bräuchten zehn. Okay, das bedeutet, wir nehmen diesmal davon mehr. Ja, komm, zuck. Inquisator ist Inquisator, bleibt jetzt Inquisator. Keine Leiche da, das ist schon mal gut. Brücke fertig machen. Benutzen. Okay. So, jetzt kommen wir an die Angelstelle da. Die Angelstelle beim Wasserfall. Die ist hier. Er ist hier. So, jetzt ist nur die Frage, ne? Und gründlich war das super. Guck mal, ob wir das da auch noch hinkriegen. Schauen wir mal, ne? Okay, das war aber auch wieder einer, ne? So, kurz und knapp. Dann kommt die Leiche. Und wieder einer, ne? Ich habe also auch nichts gebracht. Ich muss auch loslassen einfach nur, ne? So werde ich nichts fangen, wieso nicht? Also irgendwas Besonderes in der Nähe des Dingens. Oh, was müde, dass das geht. Keine Ahnung. Ja, das sind ganz viele Fische, die ich gefangen habe. Das bringt mir gerade nichts. Ups, das war falsch. Gut, dann lass uns gerade hier noch das Land gerade entdecken, ob es hier noch so ist. Okay, da ist die Barriere. Die hatten wir schon von oben entdeckt. Aber hier unten ist noch ein Sumpf. Hier komme ich aber nicht durch. Und das ist Erz. Würde ich sagen. Ah, hier komme ich nicht lang. Ja, das geht schwer. Das kannst du auch noch nicht machen. Auch den hätte ich ja bauen können, okay. Gucken wir weiter hier. Den kann ich noch nicht. Da steht was. Komme ich da hin? Nicht wirklich, aber hier lang vielleicht. Okay. Nee, da komme ich nicht durch. Lassen wir mal hier hoch wieder. Hier lang. Geht's hier weiter. Ja, könnte sein. Jetzt wird's dunkel. Was das ist? Das ist Hicksgras. Schluckaufgras, ich hab's. Hier ist eine Angelstelle. Ja. Gut, dann sind wir da auf jeden Fall mit dem Schluckaufbesser. Ne, Astrologe kommt da gleich. Achso, vielleicht sollten wir mal gerade gucken. Ne, da komme ich jetzt nicht hin. Da unten wächst auch nochmal Schluckaufgas, aber das glaube ich ist auch nicht der Weg dahin, oder? Ne. Ne. Da kam ich auch nicht hin. Ne. Hier geht's noch lang. Ne. 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 Da sind schwierige Wege… Ja, das sind schwierige Wege hier. Ich glaub rechtslang geht's nicht, oder? Ne. Ja, auch nicht. Ich muss wieder da hoch. Und kann dann da nicht hin. Kann nich da lang. Nein, nicht wirklich. Okay, das hat nicht geklappt, was ich vorhatte. Hier ist der ganze Sumpf. Hier ist die Perücke und ich kann da nicht runter, oder? Nein. Okay, da muss es im Sumpf noch einen anderen Weg geben. Dass man da ein bisschen mehr was sehen kann, oder? Sich mehr fortbewegen kann. Kann man oben rumgehen? Hier sind wir ja schon langgegangen. Da komme ich aber nicht durch. Ne, hatten wir schon probiert, oder? Da komme ich nicht vorbei. Ne. Okay, hier geht es auch nicht. Höchstens da vielleicht. Nicht wirklich. Hier noch was lang. Jetzt kommt Nebel auf. Hier komme ich auch nicht durch. Ich glaube, wir können mal hier wieder weggehen. Jetzt sehen wir sowieso nichts mehr richtig. Hier war das mit dem Balken, ne? Oh ne, das ist... Okay, hier würde man das auch freischaufeln können. Jetzt ist die Frage, ob das Higgs-Gras, was ich habe, reicht, ne? Da ist die Angelstille. Ja, hier ist nur der Sumpf dann weiter. Ja, müssen wir gucken, wie das da vorangeht. Die Brücke haben auf jeden Fall diese Folge geschafft. Das ist schon mal cool. Wir haben jetzt den Astrologen da. Haben wir mit dem Astrologen da eine Aufgabe noch gehabt. Der braucht ein Buch, oder was, ne? Ein Tagebuch, ja. Das Tagebuch kriegen wir unten bei dem Typen. Bei, bei... Ja, keine Ahnung, wie er jetzt heißt. Da ist eine Leiche. Aber ich denke, wir machen erst einen Cut. Wir brauchen auch Energie. Und das kriegen wir dann alles hier hin. Und... Dann würde ich sagen, machen wir hier erst die Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer jetzt nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.